Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft All The Mods 2 Plus. Du solltest mal dafür sorgen, dass ich gar nicht mehr hab. Achso, ja, das hast du vorhin schon gesagt. Ich beginne. Ist das so schlimm? Ja, dann höre ich mich ganz selber. Tue ich jetzt gerade auch immer noch. Weißt du wenigstens, was du sagst? Ich glaube, das weiß ich auch so. Geht's jetzt besser? Ähm, ja. Scheint so, jetzt wenn ich mich nicht mehr höre. Super. Oder? Ich höre mich leise. Na, ist es angenehmer als davor? Kannst du nicht einfach der Koffer draufsetzen? Kannst du nicht einfach der Koffer draufsetzen? Gibt mir ein paar Minuten. Ich hole meinen Koffer. So, das wollte ich hier rüberschieben, weil ich will nicht, dass man das hier sieht. Und, ja. Keine Ahnung, wo der ist. In deiner Packung jedenfalls nicht. Warte mal. Ja. 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 So, wie baut man denn einen Diamond Seed? Okay. Ich brauche noch eins, zwei. Ich brauche noch drei davon. Wie ist es jetzt? Hast du noch Echo? Ähm. Nein, ist sicher. Keins. Super. Ich schaue dir in dem E-System beim Craften zu. Bin ich nicht faul. So, wir brauchen noch einen Crafter Tier 3. Crafter. Ter. Soll ich den auch mal Auto-Craften lassen? Wenn du das kannst. Ja, ich kann alles Auto-Craften lassen, wenn ich will. Äh, okay, das muss er, das muss er, das muss er erstmal craften können. So. Dann. Der Werkbank kann er nun nicht craften, oder? Wer... Nein, kann er nun nicht craften. Dann muss ich ihm beibringen, eine Werkbank zu craften. Dann. Red... Redstone-Fackeln kann er auch nicht craften. Muss ich ihm auch noch beibringen. System... So baut man eine Redstone-Fackel. Dann... Craftatier 1. Craftatier 2. Und... Craftatier 3. Alles muss automatisiert werden. So, genauso wie ein Factorio. Das spielen wir auch irgendwann. Irgendwann. Zehn Jahre später. Ja, ich warte, bis es... Die sind alle voll. Ja, genau, die sind alle voll, so wie es sein soll. Das, 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 das. Äh, okay, machen wir das anders. Maschinenblock hier rein. Den hier rein. Den hier rein, den hier rein. Warum bin ich den angekriegen? Ach, ich wurde eingeladen zu Counter-Strike. Okay. Jetzt brauchen wir noch eine automatische Werkbank. Auto... Matische Werkbank. Eine. Kostet... Äh... Ja gut, können wir schon leisten. Ist halt heftig, weil es 2 Dias kostet. Ja, es gibt nicht wenig Dias. Wir brauchen einfach verdammt viele. Ich würde sogar sagen, es gibt... Wir haben bisher sehr wenig Dias. Okay, dann brauchen wir jetzt... Von der gelben 3 und von der... Okay, Essence. Von dir. Ne, 4 brauchen wir von dir. Start. Start. Ich finde das lustig. Das im E-System meint, ist... Oder das System meint, kann ich nicht craften? Und dann sage ich, crafte! Und er craftet das trotzdem, auch wenn er es meint, dass es nicht kann. Oder automatische Werkbank ist immer noch im Craften dran und scheint. Ah, wie sieht denn die Prozessdinger aus? Er wartet auf Teile, okay. Auf einen einfachen Prozessor. Okay, irgendwas hat er falsch gemacht. In der Lötstation ist nichts drin. Gibt es eine Art Reset-Funktion? Ah, okay. Alle abbrechen. Auto. Start. Maschinen in Gebrauch. E-Maschinen in Gebrauch. Da ist noch nichts drin. Werkbank. Teil herstellen. Teil verarbeiten. Irgendwie macht er jetzt nicht das, was er tun soll. Muss er jetzt eigentlich einen einfachen Prozessor erstellen, oder? Einfacher Prozessor-Kern. Warum macht er das jetzt nicht? Einfach. Start. Start. Hä? Okay, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann er jetzt gerade... Irgendwie checkt er nicht mehr, dass die Lötstation fertig ist und nicht mehr arbeitet. Warum tut er denn nix? Warum kann ich das überhaupt... ...dass es anfängt zu leuchten? Ja. Maschine in Gebrauch. Ja, aber der macht nix. Der da unten fehlt. Den stellen wir mit dem hier her. Und dafür fehlt der hier. Was ist gerade explodiert? Creeper. Was? Was craftet er jetzt? Sehen wir... Eine Silikonbasis ist auch da. Warum tut er die Sachen nicht da rein? Nein. Nein. Einfach Prozessor-Kern, dann einfacher Prozessor. Eisen. Oh! Fuck. Wir haben kein Eisen mehr. Oh. Haben wir noch Eisen-Erz? Nein, wir haben noch kein Eisen-Erz mehr. Super. Iron... ...hier mal wieder auf den Dungeon-Tool. Ach, das ist wie Final-Bit-Ivan. Sehr lustig. Ich wusste gar nicht, dass dann einer angezeigt wird. Ja, geil. Jetzt können wir deswegen keine... ...hier mal wieder auf den Dungeon-Tool. Ah... ...hier mal wieder auf den Dungeon-Tool. Dann craften wir die halt manuell. Und... ...neine Warte, davon brauchen wir ja drei insgesamt. Oder? Ich glaube schon. Und... ...stock. Ist das richtig? Au... ...ah, ne. Crafter... ...Tier 3. Brauche ich einen. Ach, der braucht auch Eisen. Das ist jetzt... Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, dann gehen wir jetzt weiter mit den hier. Wollten wir jetzt... ...den hier bauen. Genau. Bam. Hier so Perium Essence wird hergestellt. Und danach brauchen wir vier von der roten. Und dann brauchen wir nochmal vier von der roten. Hm, drei... Ich glaube, vielleicht müssten wir... Jetzt haben wir vier davon, genau. Oh, lol. So. Das hier. Und dann hiervon wieder vier. Nein! Das Zeug schluckt aber auch Inferium. Richtiger Inferium-Schlucker. Bienchen arbeiten wieder. So gehört sich's auch. Oh. Tam, 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 tam. Ist das nicht ein schönes Geräusch? Ben. Die ganzen Pflanzen zerbrechen. Machst du grad'n Dungeon? Oder was machst du grad'n? Oder bist du am... Fichtenwald? Bist du am Fichtenwald? Der Wald nicht mehr existiert. Okay. Ja, dafür sorge ich. Was? Du... Bist du der Fichtenwaldzerstörer? So, mal schauen. Essen. Bier. Ja, es geht! Wir sind hier imigal eingewandert. Eigentlich sollten wir Birken stehen. Alle pflichten müssen. Alles klar. Ja. Schau, wieviel danach noch übrig ist. Ja, ein bisschen Fichtenwald. Glaub ich hab keinen. Zwei. Drei. Schön beim Craften zuschauen. Oh. Zwei sind schon da davon. Okay. 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 Was baust du ab in meiner Nähe? Ja! Jetzt können wir erfolgreich Diamanten herstellen. Oder wachsen lassen, besser gesagt. Ich hab nichts zu gern. Vielleicht redest du ja einfach leiser. Nein. Desbritzen. Okay. Hey, jetzt sind die Kamo-Zäune wieder beide in richtigen Farben. Also irgendwie glittscht das sehr komisch rum. Ich verstehe Kamo nicht. Kamo ist mir ein Rätsel. Und das ist mir auch ein Rätsel, warum die FPS gerade so los sind. Hm, nee, es liegt nicht am Boden. Gut. Wir wollen ein paar Phantom-Phases bauen. Fan-tom-Phases. Davon haben wir ja glaube ich gar keine mehr, oder? Fan. Nee, wir haben keine mehr. Es fehlen die Empowered Diamonds. Davon brauchen wir Diamonds! Wie braucht man da pro Phantom-Phase 2? Ich glaube, wir können einfach alle empowern. Ah ja, mache ich am besten gleich als Diablocke. Oder ich empower einfach nur einen Diablocke. Ton und hellblau. Ton. Eins, zwei, drei. Klick. Hell. Blau. Einmal schön gegen gelasert. Aber auf der Laser. Die muss ich jetzt auch noch rumverschieben. Oh, die haben ja sogar noch Strom in sich drin, die Dinger. Ja, alles klar. Das ist scheiße, ich bin draußen. Dann geh schlafen. Komm doch so. Wir wollen doch nicht, dass böse, böse Gegner böse Sachen machen. Und vor allem funktionieren die Felder nicht so effektiv, wenn Nacht ist. Und da rannt. Was? Töte sie. Walking Dead. Der wandernde Tod. Oder der wandernde Vater. So. Und dich verbinde ich jetzt mit welchem Laser? Oh, ich muss die Kabel, den Kabel, äh, Layer hier jetzt erstmal wieder voll machen. So. Kabel ist verbunden. Ah, hier ist. Machen wir an denen dran. Erstmal noch. Da wird, glaube ich, später wieder abgerissen. Weil ich brauche eigentlich noch eine Seite an diesem Block, wo ich was anderes hinbauen kann. So. Hellblauer Farbstoff. Okay. Ja, hab ich was falsch gemacht. Oh ja, hab ich. Achso, der hat gerade gebackupt. Backup. Backup done. So, und jetzt. Oh. 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 Das habe ich noch nicht erstellen lassen, okay. Okay, dann tun wir es erstmal manuell runtercraften. Darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Okay, bauen wir jetzt erstmal die normalen Phantom-Phases. Fünf. Okay, fünf gehen nicht. Hier. Bam. Oh, es ist wieder Nacht. Es sollte nicht Nacht werden, während ich dem MW-System Befehle gebe. Ich weiß nicht, ob das dann weiter arbeitet. Das ist glücklich, ich bin nämlich direkt vor dem Bett. Oh, wait. Hä? Schau dir mal den Garten an. Warum hast du das abgerissen? Noch gar nichts abgerissen. Ja, du hast das Bett zerschlagen. Ich habe dich angekriegt. Du hast das Bett zerschlagen. Bei dir vielleicht, bei mir nicht. Ach ja wirklich, steht es denn noch da? Nein. Ja, was glaubst du, warum? Ich sehe es aber auch nicht, das heißt... Ja, in meiner Hand, weil ich es aufgehoben habe. Ich stau dir den Garten an. Hallo, Brenner-Zombie. Jetzt hätte ich es so wie hier gemacht und jeden Glück nicht. Oh, nein. Ich habe einen schönen Rundumgab. Hä? Jetzt haben wir zumindest... Was ist das? Das ist alles hell. Etwas. Schau mal einen Block an und drück dann L. Soll ich L? Ja, das ist ein Block, so ein Block. Ja, da ist dann so ein kleines Bild und ich weiß nicht, was mir das sagt soll. Das ist ein Schüssel. Du hast noch keinen Schüssel in der Hand, also... Schau mal. Normalerweise würden die Stinger, wenn ich sie jetzt platziere, mich angucken. Tun sie aber nicht. Soll ich bitte den Zaun an... So. Ich kann damit die Direction bestimmen anscheinend, wie ich die Blöcke platziere. Vielleicht muss ich das deuten, dass der Mist wieder weg ist. Gute Frage, ehrlich gesagt. Ich gehe erst mal in die Controls. Das finde ich jetzt nämlich ein bisschen doof, dass meine L-Taste jetzt belegt wurde wegen dem Ding. Ja. Wo ist denn das? Change Hotbikes. Interesting. Das gehört nicht zu Chisel. Das gehört zu Quark. Look Orientation. Ich frau mich nur, wie man das auch wieder weg macht. Quark. Quark Key Binds. Emotes. Es gibt keinen Knopf, um das Bild da wieder weg zu machen. Okay. Ach, naja. Muss ich wohl damit leben. Ey, das ist aber schade. Warum geht das nicht weg? Ich meine, die Funktion ist schon irgendwie cool, aber... Ja, die Funktion selber ist auf jeden Fall cool. Sind die jetzt fertig? Ich habe ja, glaube ich, vier herstellen lassen. Und drei sind fertig. Oh, was machst du denn hier? Willst du auch craften? Kannst du mich mal lauter stellen? Wie soll ich mich denn lauter stellen? Ja, keine Ahnung. Bei deinen Mikrofoneinstellungen ist da schon der Balken auf Max. Wie die ganze Zeit, ich habe nichts geändert. Der einzige Urlaub, wie zuvor, ist, dass ich jetzt kopfde. Hä? Und jetzt bei dem Satz hast du auf einmal Rauschen erzeugt. Wobei, dann... Was? Hörst du... Warte mal. Hast du Klopfen gehört? Ja, ich höre Klopfen. Das ist lauter als deine Stimme, das Klopfen. Ja, dann weiß ich nicht. Ich dachte, er hätte vielleicht Mikrofone getaut. Da ist... Also, kein Schimmer, warum ich leise ich nicht. Ja, keine Ahnung. Stehst du denn auf voller Lautstärke? Jetzt laut Steam-Buschsweise. Ja, natürlich. Hast du noch irgendein anderes Programm, wo du die Mikrofon-Lautjack einstellen kannst? Ich hab's. Ich bin dann seitdem, wie ich vorhin gut höre. Was? Ach, naja. Ich hör mir mal an, wie du in der Aufnahme klingst. Wenn du kaum hörbar klingst, dann muss ich hier irgendwas machen.